Was geht ab Leute, heute ist soweit, wir machen eine neue Nicht-Lachen-Challenge, aber alleine ist es halt einfach viel zu lange heilig, deswegen ist mein Kumpel Kaspar mit am Start. Freunde, was geht ab? Vielleicht kennt ihr ihn schon von dem Gaming-Kanal, wir haben ihn sogar im Stream mitgehabt bei FallGuys oder zum Beispiel bei Minecraft viele Leute, also unbedingt auschecken Leute, der macht auch Videos und mit dem kommen wir in den Zugriff auch viele Videos zusammen, deswegen Leute, Ehrenmann wäre abonniert. Freunde, Ehrenmann, absolut Ehren, Ehren, ich würde mal so sagen, wir machen drei Leben, jeder von uns, aber wollen wir zusammen drei Leben haben. Wollen wir gegeneinander? Egal, willst du gegeneinander? Okay, okay, also jeder hat drei Leben und im Endeffekt, der halt am Ende verloren hat, kriegt eine richtig dicke Knackgeschäfte. Oh, also anscheinend bis jetzt, oh guck mal wie süß, die schwimmt, die Chicken Nuggets, die schwimmt, ja. Ein Puddingböller, ein Puddingböller, weg ist er, oh nein, das geht nie gut aus. Oh, die Diamanten. Oh, warum greift er so das Bier? Seht ihr das schon? Save, 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 save. So, einmal wieder zwei Leger. Du musst ja selber zwei Leger bleiben, letztlich haben. Los. Was macht die denn da? Hat die keine Kontrolle über ihre Beine? Okay, Autowaschen ganz normal. Oh, oh, okay. Was macht der Hund jetzt? Macht der Hund das jetzt? Ich glaube er macht es jetzt. Oh, okay, das war schon heftig. Was macht der denn? Das ist kein Spiegel. Ne, das ist kein Spiegel. Die hören noch immer im selben Moment auf. Was geht bei den ab? Jetzt hier kurz noch ein bisschen Milchanschluss. Das seht ihr noch nicht. Was macht die da? Nein! Nein! Doppeltroller, Alter. Aber er hat dann auch ein Spiel. Warum nehmen sie das mit, als wir das in ein Haus über Scheiße gebaut haben? Ja. Alles klar, lieber. Hä? Der kann die Sasser anziehen. Oh, das war doch nicht. Ja. Also wir haben es ja so gehört gemacht, Leute. Wir hatten zuerst lacht, danach darf der andere auch lachen. Der verliert dann kein Leben. Also wir haben dann gerade beide zwei Leben. Aber Leute, dieser Clip, ne? Er ist gut. Er ist wirklich gut. Neymar! Messi! Los! Oh! 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 Okay, man. Was ist denn wieder mit dem Tod drauf? Er hat voll gestottert! Was ist denn das? Alter, aber wie sieht der Hund so böse aus? Tag ruiniert. Der Touri. Absoluter Tag ruiniert. Der Hund denkt sich auch so, ach Papa. Oh no! Oh no! Junge, er wollte noch. Leute, ein Like ist gleich ein Mitleid für den Typ, Alter. Der Arme, Alter, ist noch ohne Spaß. So, was haben wir jetzt hier? Der... Hat er ein Bild von der Katze gezeigt? Ding auf! Es geht mal den auf! Hör! 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 Es ist waterproof! Hä? Oh, die hat gesagt... Sie hat es nicht gecheckt? Oh, die hat gesagt, ihr Handy ist wasserdicht und auf einmal fängt es an zu brummen. Oh nein! Oh nein! Kann man so blöd sagen, das ist ohne Spaß. Okay! Alles klar! Der hat auf jeden Fall ein glückliches Leben, Freunde. Ein ganz, ganz glückliches Leben. Wie sieht das aus? Was ist das jetzt hier? Alter, lass uns hier mal schmecken. Ein Deutscher? Was? Was ist denn mit dem? Jo! Jo! Alles gut! Alles gut! Der Hamster! Hä? Kurz bei FaceTime angerufen. Wie man skydivet. Ja! Das ist auf jeden Fall die richtige Zeit, das zu suchen im Flugzeug, wenn es kein Zurück mehr gibt. Was macht die denn? Die träumt! Hä? Mach weg! Hä? Hast du das am Ende gesehen? Ja! Oh Leute! Wir weinen noch ein Leben, das ist halt so schwierig. Was macht die denn? Oh nein! Mach's nicht! Mach's nicht! Oh nein, Digga! Die Holzbrücke sieht nicht stabil aus. Hink er fest? Ey! Wie kann man da nicht geradeaus fahren können? Ist das eine Kuh? Ja! Was macht der denn? Alter! Der hat sich den Mund vorgestopfen mit Karotten! Was für ein Otter, Alter! Was für ein Otto! Ich hab kurz dem Hase die Karotten geklaut aus dem Kaninchen. Wie es die Leute auch gelungen haben. Ja! Jo! Beste Qualität auf jeden Fall! Äh! Alter! Was war denn da los? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Der wird sich dann im Arm auf jeden Fall keine Vomit her. Da geht nichts mehr. Sophie ist sicher, Digga. Ich glaub ich hab noch nie in meinem Leben so einen coolen Waschbären gesehen. Wie kann man so leben? Absolut entspannt. Ja! Ooooooh! Ooooooh! Es kotzert ihn so ins Gesicht. Was die denn? Der Teufel! Sag mal! Das ist der Teufel! Die Teufelskatze! Oh mein Gott! Oh nein! Oh nein! Das ist so ein Mikrofon! Ja! Das ist ein Karaoke-Mikrofon! Pipp! Komm! Steh auf! Du fauler Sack! Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht aufstehen! Oh nein! Aber... Die Peniale einfach! Oh! Mach die jetzt! Oh! Am Sliden! Am Sliden! Was ist denn da los? Lauf! Oh! 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 Das ist zu weh! Oh! Der ist er! Der ist er! Ich hab's nicht gesehen! Der ist er! Der ist er! Der ist er! Der konnte das gar nicht glauben! Der konnte es ihm! Oh! 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 Was war das? Keine Ahnung! Ist das Eis? Ich glaub ja! Oh! 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 Oh mein Gott, Leute! Wie heißt das hier nochmal? Schnabeltier oder so, ne? Ja, stimmt! Irgendwie sowas! Ey, freuen ohne Spaß! Ey! Waren wir an! Unentschieden! Ey! Unentschieden! Das heißt, keiner kriegt ne Nacktschelle! Oh! Ich würd sagen, Freunde! Da schreitet zu nem Part 2! Das heißt, wenn wir in Part 2 sind wollt, dann laden wir mal ein Like da! Ich würd sagen, bei wie viel Likes? 6.000! 6.000 Likes, Freunde! Kommt Part 2! Also, wenn ihr den Sinn wollt, wisst ihr was zu tun ist, Leute! Abonniert doch den Kanal! Checkt auf jeden Fall noch eins! Nehmen bei mir's dir aus! Einfach draufklicken! Und ja! Haut rein! Checkt noch krass mal in den Beschreibungen aus, Leute! Abonniert ihn! Wer das nicht macht! Unährenhaft! Haut rein! Ciao, ciao! Ciao, ciao!